ahaha WHOOHAHHAHAHA Scheiße, da bewegt sich, ja ihr wollten grad headshots machen Was? Ich hab grad' ein GAN geöffnet Was hast du geöffnet, den Jan? Geh rein! Im GAN Geh rein! Ich hab verstanden, du hast den Jan geöffnet Wodafuck ist Jan? Weiß ich nicht, das frag ich dich ich kann johannes panther den ping ist aber hoch sein ping ja weil ich nebenbei noch video hochlade so aber nur noch zehn minuten das ist das video er hat eine granate geschmissen ich habe schaden bekommen wer war das ja aber warte ich will den wissen der die granate geschmissen ich auch nicht ich bin weit weg ich bin oben ich bin nicht oben das hier guck jemand hier wie ist so ein durchgang und dann einer wenn du das nicht weißt ich glaube ich brauche hilfe ich habe keine shotgun nein nein weg headshot dass man ich habe nicht getroffen hätte sterben müssen aber nicht da ich komme aus diesem scheiß wer war es eigentlich ja gar nicht zugehört okay was und da lebe ich noch ich muss das überprüfen komisch da aber nicht schweine da kam sie meine arme da wollte kuscheln auch bis süß gesucht jetzt ja was sagen wir muss ja nicht gleich von freude in die luft springen ich wollte gerade nein hier noch mal zurück gehen noch mal zurück Tür zu Oh, hat gewonnen Also, Semmel, das musst du aber rocken jetzt Der Candy war ein geiles Stück Betonung liegt auf wahr Ja, er ist jetzt out Wer ist jetzt in? Pilo Pilo Was denn? Du bist in Nee, ich bin Schimmel Nein, das kannst du so auch nicht sagen Okay Okay Das war nicht nett Ja, aber du mit meinem Pomerang Ja, hat er nichts gemacht Ich wollte den nur wieder bringen Ja, ja Ich bin ja auch verloren Oh, da stirbt schon jemand Nein Nein immer headshot der hat einen ping von fünf sowas von ich kann gar nicht aufhören also ich musste mich jetzt zwingen den letzten nicht mehr weg zu essen jetzt ja auch noch essen können nee das wäre zu viel das ist ja jetzt schon zu viel wir werden alt und fett ne ja fett aber nicht alt ja stimmt allerdings das war jetzt aber purer zufall alter aber richtig da hat jetzt alles gepasst ich konnte nicht schießen ja das kenne ich was hat gekracht ich hab gepust ich bin jetzt irritiert ich habe jetzt was gesehen was ich eigentlich sehen sollte glaube ich kommt drauf an bei wem bei dir der trader schimmel der typ das geht gar nicht so hat das kind sich gern dort habe ich mich erschreckt was gut hallo ich bin da wo ich mich am sichersten füge ein paar stuhr ja nein erst bei mir hallo ich komme noch nicht mal hoch warte ich zeige dir wie das geht der schießt doch mich ich glaube der st mit viele lagen ich war 500 meter weg dann raste ich aus das ganze andere seite zurück geht da dahin das war kein rdm du hast mich gekillt das warst du ich glaube paul muss man töten und panda auch was nach meinen berechnungen beide nein ich habe nur gesehen wie der trader am anfang der kanale geworfen hat aber ich kann auch ein panda sein oder nur panda und kein paul nein ich bin bei alina ich bin es nicht genau dann erst recht paul töte bahn da natürlich doch kommt schießt doch der war kein trader ich kann nicht beruhigen ja ich bin ja das gefällt mir okay ich warte kurz bis das nicht einer blind das war blind erschossen loll ich hab gedacht der zug fährt nach unten da dachte ich bahn da war es du warst bei dem zug bei mir zu dicht dran ja bei mir hat das so ausgesehen der zug kam von oben nach unten da war ich irritiert es tut mir leid beim nächsten mal fährt der zug wieder pünktlicher das finde ich sehr schön hallo 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 ja können wir dir denn weiterhin ja wer ist das denn wo ist die toilette ach so hallo die ist links unten ja 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 du folgst den gang bitte bis da steht exit und da gehst du durch komm 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 ist es deine wohnung ähm ja ja dann solltest du auch danach wieder sauber machen ja hallo excuse me ok dann eben alina soll es sauber machen danke was was das habe ich nicht gesagt also bitte können Fenchus draus machen doch ich habe nur den komischen schildkrötenmann da erschossen ja ich weiß du hast ein herz für tiere aber pilo was pilo ist hier drin ja natürlich ist das ein raufentzete ja natürlich der ist doch blau ne ich jetzt natürlich bin ich sterb ich oder was nein du kommst gar nicht durch da habe ich einen schrecken entschuldigung bin ausgerutscht auch du musst irgendwann hier raus ne eigentlich nicht ah oh seppel ist es was ey guck mal das muss doch ein traitor sein wenn da hier ne warte mal wenn jetzt jemand den Zug fahren lässt ne ne ähm Paul war es ja gerade er kann es ja eigentlich nicht zweimal hintereinander sein ne darf das geht ja komm mal rein hier ja ok zeig ich dir oh se oh nein das ist ah 7 7 7 7 7 ich lade euch ein echt oh da brauchen wir schnell die Tür zu so so ich beschütze jetzt die Tür hier kommt keiner mehr rein alles klar ja äh es sei denn habt ihr einen 5er nein was ja hier ja komm du darfst rein danke WHAT ich mache mal zu ich habe ihr vertraut ich habe ihr vertraut ich habe ihr vertraut ich habe ihr vertraut sie hat mich gestimmt natürlich das hat mich voll irritiert das war so gut Alina ich gehe da rein das ist Semmel gucke ich gleich an und denke nein ich habe ihr vertraut das war so geil die knallt mich ab und vor uns sagt Semmel ist es ja ja weißt du bescheid ich kann sehr glaubwürdig sein ja ja ich habe neuen pc gekauft was hast du neuen pc gekauft wo ist er oh oh jetzt bin ich runtergefallen wo hast du den geholt bei ebay oder bei aldi ne der stand hier rum achso nehm ja ich gehe mal an Alina einfach nur vorbei oh mein skin ne du hast ihn doch vorsicht hier ist eine bestellung für panda panda brauchen nur ein pc ja 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 meiner ist total schlecht ja warte oh warte danke oh scheiße jetzt habe ich ihn kaputt gemacht jetzt hast du ihn kaputt gemacht tut mir leid das wollte ich nicht ey oh nein ich wollte dich hauen ich wollte im pc hauen jetzt kann ich nicht mehr mitspielen meine grafik meine grafik what wer hat sich denn angeschossen jetzt ne oh scheiße wow das ist nicht wahr ey keiner denkt denkt an diesen mann ne ne schon oh soll hat überhaupt jemand mitgekriegt dass er mitspielt ja also in der runde habe ich jetzt nicht dran gedacht ich leider auch nicht und dann habe ich ja gesehen was passiert ja ja oh ne der baul warte mal ne 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 träum weiter wie 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 ich bin irritiert ich bin der sandmann guck mal her du bist ja auch schon müde max ich bin der sandmann guck mal her komm ich hab noch ein kilo dreck nach meinen berechnungen kann das gar nicht sein es können nur noch zwei trader sein wenn alles funktioniert hat wenn es funktioniert hat ja hier muss mal jemand putzen aber ich habe nicht alle konfirm da waren ja drei leute werden erschossen und der paul deck nur uns putzen ja ne so muss es sein boah guten morgen boah hat gar keine lust auf dem dach hier irgendwie bis in sich son es sind zwei trader 100 pro alles was dich bewegt und zu mir kommt ist tot ist tot ist tot ist der nicht von super mario tot der eddie ist so ruhig was da los er hat angst er konzentriert sich ja warum wohl ne weil er dich fertig machen will weil er dich wegbomben will bomben ja ja mit melonen wirst du sterben du wirst mit melonen weggebombt glaub mir ich glaube ich auch damals hat man cp benutzt heute benutzt man die lokomotive richtig meh meh kannst du mal sagen wo du steckst du oh leck oh nein ah leck ob weh ja es sind beide t tot ja aus ct wird c waren es jetzt zwei trader ja oder nein tot also ich war einer ja da waren es noch zwei wa äh sarkon ist glaubt gornstar der ist aber hier ist der lübt der lüge er ist auf dem klo hallo es war konnestee oh die tür ist kaputt ah ne doch nicht hallo die tür alles klar mach mal zieht sonst ne wir haben ja keine heizkosten zu verschenken wo steht man wie soll nicht rauchen wo steht hier soll nicht rauchen ah ok warte ich mach die Zigarette weg so oh schön ähm dass verlangen die drei zu boxen ich weiß ja ich weiß ich bin liegen hast du noch fragen das war die rache dafür dass du mich vorhin so getäuscht hast ich bin safe ich auch ich nicht was ich auch oh Sammel hat Pilo erschossen ich war hier nur Erfangsame hier ihr könnt euch gerne hier einmelden wenn ihr bei dem Hotel ja hallo Eddie hat kein Skin Eddie hat kein Skin Eddie hat kein Skin Eddie hat kein Skin der ist doch nicht der macht der dm warum das ja ich weiß warum wer hat denn jetzt getötet ja wer hier wer hat dich getötet von der ja der hier da innen ich glaub Paul ist eh nein ey hallo warum habt ihr euch nicht getötet also warum hat er den getötet ja weil weil äh ne ernsthaft weil ja wegen schrubberei wegen genau whats whats whatsapp da im Kindergarten warum geht das nicht wollen ja da ja you're back stemmel kannst du braun aua ha 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 natürlich ich glaube weniger date down das war geil nein 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 paul nein hinter dir hinter dir tötet euch bei ich hab das gesehen